Das ist ein Küsse Das ist ein Küsse Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu Dragon Ball Legends Ja, ich nehme dieses Video im Anschluss an meinem Livestream auf Wo ich sehr, sehr müdend über Dragon Ball Legends mal wieder war Aber das ist jetzt mal ein anderes Thema Und wer auch mal wieder dabei sein will der sollte sonntags immer so zwischen 17 und 18 Uhr auf jeden Fall auf meinem Kanal vorbeischauen oder einfach in den Discord kommen, weil immer wenn ich live gehe oder ein Video mache, dann veröffentliche ich es da. Heute soll es um etwas anderes gehen, wieder mal ein kleines Theorie-Video von mir und zwar wer der nächste Ultra-Charakter sein wird. Und wenn man sich die bisherigen Charaktere anguckt, zeichnet sich zumindest ein winzig kleines Muster bisher ab. Wir haben erst zwei, aber alle sind aus Freezer-Saga und alle supporten Freezer-Saga. Also gehe ich mal davon aus, dass wir bei der Freezer-Saga bleiben, weil wir haben sowieso nicht so viele Charaktere, die da irgendwie bisher synergiert haben, außer die üblichen, die halt nur auf Angriff ausgelegt waren. Und deswegen habe ich mal drei Charaktere ins Auge gefasst, die eventuell die nächsten Ultra sein könnten, meiner Meinung nach. Und ich finde, einer, der es definitiv verdient hätte, weil der auch nie so einen richtigen Fokus bekommen hätte, weil die haben ja davon gesprochen, dass halt Vegeta zum Beispiel nie so wirklich Glanz bekommen hat. Und ich denke, einer, der auch sehr wenig Rampenlicht bekommen hat, ist der fusionierte Piccolo mit Nail. So, auch der könnte bestimmt ein richtig geiler Unit werden. Also ich hoffe, dass dann auf ihm auch irgendwie so was Freezer-Saga-mäßiges steht und nicht irgendwie, dass Namekianer oder so dabei sein müssen, weil dann wird das wieder nicht so 100% synergieren. Also das wäre auf jeden Fall nice. Für ihn stelle ich mir dann so ein bisschen auch die Tank-Funktion mal wieder vor, weil er ist halt auch Regen. Also ich hoffe, dass er dann Freezer-Saga und Regen supportet. Mögliche Farben wären natürlich noch für diese Charaktere, die jetzt noch offen sind, blau, gelb oder grün. Und ja, ich stelle mir vor, dass er so ein bisschen der Tank- und Healer ist. Und das wäre auf jeden Fall eine nice Sache, wenn er dann, der eine hat ja Ferner-Fern-Defense gegeben, der andere Schlag-Ager-Schlag-Defense, wenn er dann vielleicht Doppel-Defense gibt oder HP, wäre auf jeden Fall eine Option. Der nächste Charakter, der meiner Meinung nach auch eigentlich wenig Rampenlicht bisher gehabt hat, weil er glaube ich nur eine Hero- und Extreme-Form hat, ist die zweite Form von Freezer, also die größere mit den Hörnern, also quasi King Cold. Und auch er hat wenig bisher an Screentime bekommen, weder bei Dragon Ball selber noch halt in Dragon Ball Legends. Deswegen würde ich mir auch wünschen, dass er irgendwie sowas bekommt. Bei ihm stelle ich mir halt eher so einen High-Offensive-Typ vor, also Doppel-Angriff-Buff. Und sein Spezialangriff könnte vielleicht dieses Aufspießen auf dem Horn sein. Ja, auf jeden Fall, da stelle ich mir einen High-Offensive vor. Ich glaube, er ist auch eher so der Blast-Typ und nicht so Strike-orientiert, also müsste man vielleicht ein bisschen, oder einfach beides auf Offensive. Was natürlich auch cool wäre, wenn das so ein Transform-Typ wäre, weil Freezer hat ja mehrere Formen und eigentlich haben wir keine, haben wir eigentlich nur den Golden Freezer als Transform. Also könnte man auch den Mini-Freezer nehmen, der, ähm, das ginge übrigens auch, dass das der Mini-Freezer ist, der einfach so seinen Panzer hat aufplatzen lassen. Aber es wäre cool, wenn der dann halt sich in den Größeren transformiert. Das wäre auf jeden Fall auch ziemlich nice. Der dritte Charakter, der auch wenig Screentime hatte und nicht so wirklich in Dragon Ball Legends fokussiert wurde, ist für mich der, ähm, wie soll ich sagen, der, der Potenzial erweckte Gohan, so. Also der, der quasi bei den Oberältesten war und halt sein Potenzial hat erwecken lassen. Ich habe jetzt leider nicht so vor Augen, was sie damals für Moves gemacht haben. Ich habe ja auch im Livestream gesagt, ich will mir eigentlich nochmal den, ähm, Dragon Ball Z nochmal wieder reinziehen. Aber ich denke mal, er sollte auch eher ein Offensivtyp sein. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen Offensivtyp, einen Doppel-Defense-Typ und einen HP-Typ, finde ich, in dem Team. Und einer sollte zumindest Supporter sein. Ähm, Supporter wäre für mich eher Piccolo und, ähm, ja, Piccolo wäre eher so Healer-Supporter, meiner Meinung nach. Der muss halt nicht so Offensivtyp sein. Vielleicht auch Tank, weiß ich nicht genau. Also ich würde sagen, offensiv auf jeden Fall der Freezer. Support, ähm, könnte auch der Gohan eventuell sein, wäre auch okay. Aber Tank oder Support sollten auf jeden Fall der, äh, Piccolo sein. Vielleicht könnten die auch, können die auch beides so ein bisschen einbauen. Ich meine, äh, Heraklan hat auch zwei Supporter, wobei nur eine davon gut ist, finde ich. Ähm, wären auf jeden Fall Units, die ich interessant fände, wenn die halt mal ein bisschen mehr fokussiert werden würden. Ich möchte aber auch an der Stelle nochmal ein großes Problem der Ultras an... Na, das klingt so, als wenn ich die Typen aus Gelsenkirchen meinte. Ähm, also der Ultra-Charaktere an, ähm, sprechen. Und das ist auf jeden Fall, dass man sie nur mit doppelter Reputation immer abfarmen kann. Das ist echt was, was mich mega ankotzt, was mir den Spaß an den Ultran nimmt. Und, ähm, ja, was auch dann immer wieder dazu führt, dass er eigentlich gar nicht auf einem Level abgefarmen werden kann, der relevant ist. Weil ich hab ihn jetzt, glaub ich, auf fünf... Nee, ich hab ihn auf sechs Sterne, ohne die erste PvP-Belohnung bekommen zu haben. Und eigentlich, wenn man das, wenn man mal mit Ultra Goku vergleicht, muss man die ja wirklich auf 14 Sterne haben, was die wieder so ein bisschen schlecht macht. Also die Ultra-Fähigkeit, ja, ist nice, aber macht jetzt nicht einen Ersatz für einen Senkai. Und das find ich ein bisschen doof. Ähm, man müsste auf jeden Fall dafür sorgen, dass man die auch so vernünftig abfarmen kann und nicht einen arschvoll seltener Medaillen. Weil eigentlich hab ich das so das Gefühl, die Ultra wurden nur eingeführt, damit die seltenen Medaillen irgendwie noch eine Daseinsberechtigung haben, weil keiner die irgendwie gebraucht hat. Ähm, das ist auf jeden Fall Kritikpunkt. Und das solltet ihr auch immer wieder in Kommentaren auf Facebook und Twitter erwähnen. Und am besten auch in der Bewertung. Ähm, weil, ich weiß nicht, irgendwie scheinen das viele nicht zu verstehen oder sind zu faul dafür. Bewertungen sind wichtig. Ihr müsst die Sachen bewerten und ihr müsst auch Kritik auf Facebook schreiben. Ich alleine kann da nicht viel bewirken. Und, ähm, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass man, wie bei den anderen Charakteren, eher in einem Event irgendwie nochmal was hat, wo man jeden Tag nochmal was abfarmen kann und dadurch die Seelen zusammenkommen, weil sonst wird das einfach super lästig, weil wir haben jetzt wieder doppelte Reputationen und ich komme vorne und hinten nicht klar. Ich pingel irgendwo so auf 7.000, 8.000 rum. Ich werde meine 1.000 Zeitkristalle kriegen, aber das war's auch schon, weil ich komme einfach nicht höher. Nicht nur, dass ich Probleme mit der Technik habe, weil ich irgendwie ganze Frame-Aussetzer habe, sondern es sind einfach immer viel mehr lecker da und man muss viel mehr spielen, um halt den gleichen Rang zu erreichen. Und das ist halt echt was, was ich daran kritisiere. So, kommen wir nochmal zu meinem Hauptthema zurück. Ich sage, ähm, 2. vom Freezer, erwachtes Potenzial Gohan oder Nail fusioniert, äh, Piccolo oder Piccolo fusioniert Nail, wie auch immer. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr, wäre das sinnig? Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht so einer ist, äh, so ein Freezer, der irgendwie aus einem Freezer-Pod kommt und dann in dieser Normalform geht. Ähm, was natürlich auch interessant wäre, Captain Ginyu. Wäre auch cool. Man stellt sich mal vor, man hört einen Captain Ginyu, der seine Finale-Attacke macht und dann am Ende auf einmal, ähm, als Ginyu Goku dasteht oder so. Das wäre ja auch lustig. Aber das, das halte ich erstmal für ausgeschlossen, weil, ähm, ja, wobei, äh, wäre machbar, aber ich halte die anderen drei irgendwie für sinniger. Deswegen meine Frage an euch, was haltet ihr davon? Wie fändet ihr das? Welche Charaktere würdet ihr denken, könnten Ultra werden? Und, ähm, ja, das war's von meiner Seite aus. Lasst ein Abo da, liken, kommentieren, wie immer und kommt in den Discord. Ich sag erstmal, bis dann und ciao. Das war's von meiner Seite aus. 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 Das war's von meiner Seite aus.